Werte Helden, würdet ihr mich kurz entschuldigen? Lasst ihr Zeit! Bist ja nicht so, als wären wir schwer beschäftigt. Laserbeam! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trine 5. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was der Epi jetzt gerade hier vorhat. Aber unsere Bogenschützin hat ja in der letzten Folge gesagt, dass sie mal eben austreten möchte. Und ich schätze, der Epi hat noch nicht ausgetreten und ist deswegen ein bisschen unter Strom aktuell noch. Wo bist du jetzt wieder hin? Ich bin hier hoch, weil du kommst ja nicht mit. Da oben ist noch was. Achso, ich kann gar nicht wechseln. Och nee. Da habe ich doch gesagt, du bist ja auch die Bogenschützin. Ich hasse die Bogenschützin. Was? Ja, weil ich mit der nicht spielen kann. Das weiß ich. Ich weiß nicht mal, wie ich ziele und nix. Geh mal da oben drauf. Geh mal. Warte mal. Mach du mal das Ding nochmal auf. Wieso schießt ihr, obwohl ich überhaupt nicht da dran gekommen bin? Mach das mal hoch. Zieh das mal. Zieh das mal raus, bitte. Ja. Hä? Jetzt zieh es. Also warte, warte. Nee, das geht nicht. Das ist hinten fest. Ja, weil ich es abschießen muss. Aua. Jetzt kannst du es rausziehen. Kannst du es rausziehen. Zieh es raus. Halt doch mal die Klappe. Hallo Bücher. Ich versuche hier gerade irgendwie mit diesen blöden Dingern zurecht zu kommen. Oh, oh, aua. Das nennt sich Karma. Kannst du da mal stehen bleiben vielleicht, damit ich auch mal rüberkomme? Nein. Ja, merke schon. Jetzt bewege dich. Ich bin an dem Seil fest. Ich kann mich nicht mehr lösen. Was muss ich machen? So? Naja. Kein Ding. So, jetzt geh. Wieso ist das Seil jetzt mit mir verbunden, ohne dass ich was gemacht habe? Das ist nicht mit dir verbunden. Hinter der Kiste ist das verbunden. Du hast... Ach so. Man merkt, dass du keine Ahnung davon hast. Kann man das hier links öffnen? Oben? Nein, aber ich will nicht gerade, wie wir da rüberkommen. Warte mal. So. Nein. Und schwingen und schwingen und zingeln und zingeln und tanzen. Auf jeden Fall, da hast du noch mitbekommen. Oh, oh, das hört ja auf. Was ist das noch? Ich bin oben. Ich warte mal auf dich. Ich schieße das mal durch da unten, wo du jetzt hängst. Nicht so. Boah, das ist so. Oh, nicht so lange. Nicht so lange. Nicht so lange. Und schwingen. Schwingen das Ding. Das hat ja eben auch schon nicht geklappt. Oh. Du musst sofort abspringen. Du musst sofort abspringen. Ja, das sieht man drauf. Sie hat wieder eine Bombe gelegt. Warte mal. Irgendwie konnte man das bewegen. Könnte man da hinschwingen eventuell? Nee. Beweg mich mal. Warte. Ach so. Hättest du das nicht vorher sagen können? Ich bin so gut. Guck mal. Du wärst fast verreckt gerade. Da kann man nicht hoch. Da ist was drin. Ach du Scheiße. Die Statue sieht aus wie eine riesige Spinne. Pass auf. Die letzte von der Dose war nicht so und das Verschuss. Ich muss das einfachere machen. Nein, das mach ich. Mach's gut. Warte mal eben. Warte. Ich muss mal eben was gucken. Ja, versuch. Versuch. Mach mal so. Mach mal auf. Ja, aber so geht nicht. Oder? Ach, du musst auch einmal aufdrücken. Mach mal auf. Wenn du die schießt, gehst du natürlich nicht. Die Platten sollst du aufmachen. Die waren gerade auf. Ja. Mach sie bitte mal. Das ist jetzt gut. Du hast gerade das Spiel verlassen. Nein. Ich bin auch drin. Verbindung zum Host verloren. Okay. Aufgrund eines technischen Fehlers machen wir nur kurze Pause und sind gleich wieder da. Ich war gleich. Vielleicht musst du auch mal neu starten. Ah, nee. Jetzt geht's. Plappt, der EPI war wieder im Spiel. Jetzt haben wir wieder die doppelte Bogenschützin. Ja. So, jetzt drückt schießt man ja. Ja, eine haben wir, aber wir müssen noch eine. Wir müssen die unten treffen. Nee, die auch. Ach, und musst du auch. Warte mal. Ja, aber dafür brauchst du die nicht mehr, oder? Also am einfachsten sollte die gegenüber sein, denke ich mir mal. Siehst du, wo ich hinziele? Die da hinten. Das sollte eventuell die einfachste sein. Okay, das heißt jetzt noch die da drüben. Aber das geht nicht durchs Wasser durch. Ja, aber wir können das Wasser durch. Können wir nicht von rechts eventuell schießen, dass das anders gelenkt wird? Ja, wir müssen die nochmal oben anmachen. Ach so, warte mal. Warte. Nee, so nicht. Nee, muss ein bisschen nach links gehen, oder? Warte mal, so vielleicht? Ja, so jetzt. Ah nee. Das ist ja richtig toll gewesen. Warte mal, aber wie willst du denen denn dann? So, die stehen anders, ja. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall. Oder du musst das wirklich von links schießen, ich weiß es nicht. Mach mal bitte die Klappe oben auf. Nee, das geht nicht, warte mal. Wenn ich da jetzt, äh, mach nochmal. Äh, fasst der ein, nee, aber da ist Wasser im Weg. Nee, das geht auch nicht. Ich dachte, da geht, doch unten, die ist ja an, aber. Ja, die habe ich einmal nach links links geschießen. Aber so könnten wir das vielleicht von der anderen Seite auch machen, oder? Nee. Scheiße, das geht da. Schieß mal. Nee, der geht zurück, dann. Mach nochmal. Nee, der geht oben weg. Der muss ja runterkommen, der muss, warte mal, so geht er nur da hin. Und wenn ich mal versuche, warte mal, ja. Weil du hast diesen Dreier nicht, oder? Doch. Aber was? Ah, nee, das ist das Wasser. War so schön gedacht, oder? Ja. 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 Jetzt stehen wir hier eine Stunde und sind hier irgendwelche Winkel am Ausprobieren. Alle Mathematiker zu Hause denken sich jetzt, oh, das ist doch einfach. Das habe ich sofort gesehen. Ich glaube, das ist hier irgendwie die Lösung. Mal eine andere Sache. Ja. 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 Ich glaube, das ist hier irgendwie die Lösung. Weißt du, was ich meine? Ich kann das hier nicht richtig... Ich kann das hier nur nicht richtig... Ich versuchst, durch die obere Fackel die andere anzumachen. Mach mal... Geh mal weiter ein Stück zurück. Welche Fackel jetzt wo? Also die mittlere Fackel, die ich frei mache. Dass die... Der Pfeil rüber geht zu der anderen Fackel bei mir. Dass die obere Fackel abgeht. Warte mal, ich mach mal, guck mal, ob du da oben hinkommst irgendwie. Ja, warte mal. Da rein. Ah, schat... Ja, es war zu schnell. Ich konnte jetzt noch nicht mal anvisieren. Warte, ich war nochmal auf. Ich kann da gar nicht richtig anvisieren. Nee, der geht mehr zurück. Ja, das Problem hat es früher auch. Du musst dagegen schießen. Gegen die da musst du schießen. Kannst du das? Also gegen die Platte hier oben. Also gegen die obere. Ja, weil mit der da rein geht. Warte mal, ich guck mal, ich guck mal gerade, wenn der, wenn der den da rein... Ja, siehste, der geht da durch, wie ich ihn jetzt hab hier. Mach du mal bitte auf. Mach du mal auf. Nee, mach nie auf. Der geht nicht da durch. Ja, ja, klar, warte. Ja, doch, doch, warte, warte, warte. Jetzt, mach mal auf. Ist nicht durch. Mist, doch, ist an, doch, doch, ist eingegangen. Ist hier drüben. Der ist doch gar nicht richtig durchgegangen. Doch, die eine Fackel ist eingegangen. Die ist jetzt hier, warte. Ja, die müsstest du jetzt so machen können, denke ich mal, wie eben, oder? Äh, probieren wir mal. Oder, oder? Ja, aber die haben ja andere Winkel. Du musst gucken, wie der die Platte machen. Ja, so, genau. Äh, okay. Elementarpfeile entdeckt. Aha. Oh, hallo, meine Hübschen. Elementarpfeile. Ich will die Elementarpfeile. Wechsel mit links, rechts, zwischen... Ach so, das sind die Pfeile. Wir wissen, dass wir hübsch sind. Was? I, I, F. Okay, ja. Ach so, wir können jetzt Feuerpfeile schießen. Ja, geil. Und Eis, glaube ich, war auch dabei. War ja enteis. Warte. Wir müssen, dass wir wieder hoch machen. Hallo, kommst du? Nein. Warum bist du da jetzt Wasser gestrickt? Äh, sag mir nicht, dass ich da nicht hochkomme. Es schaffen... Ach so, okay, warte mal. Komm mal hier raus? Ja, das sagt mir noch was von den anderen Trine-Teilen, aber das ist so lange her alles. Oh, ich habe schon wieder aus Versehen eine Bombe gemacht. Ja, geil, dass du mir immer Bomben legst. Oh, nein! Ich komme nicht mehr hoch. Scheiße. Ey, was ist das? Okay, einfrieren kann man die damit aber nicht. Wollte ich hier nochmal gucken. Warte mal, hier ist... Alter, ernsthaft jetzt. Da oben ist doch nichts, oder? Doch. Oh, hier sind ganz viele Dinger. Ich sag's jetzt nur, mich zu ärgern. Hier sind hundert von den Dingern. Aber ich habe die nicht alle. Ja, du hast ja nicht alle, das wissen wir ja. Was, 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 was? Oh, ich kriege den nicht. Oh, was ist jetzt los? Scheiße! Was denn? Wo bist du? Da, wo du eigentlich sein solltest. Aber ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Er ist mal eine Runde woanders. Ich häng hier ab. Na, 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 na. Na, die Kugel? Was können wir denn mit der Kugel machen? Das ist jetzt die Frage. Die können wir gar nichts machen, weil die ist böse, die Kugel. Da kommen wir nur nicht hin. Danke. Dull ich hoch. Äh, warte. Nein! Oh, schloss. Die Kugel muss hier hoch. Aber die... Die Kugel muss... Nee. Jetzt versuch mal. Ah, okay. Ah, jetzt müssen wir... Müssen wir da beide hoch, oder was? Ja, du musst auch da hoch. Komm da hoch. Ja, dann geh mal nach links, sonst sehe ich nichts. Nach links? Hier hin? Ja. Ja, das echte links, ja. Ja, das reicht. War klar, dass das nicht reicht. Äh, warte mal. Warte mal. Da war aber irgendwas mit den Elementarfallen hatte. Ach so. Boah, du bist echt so hohl. Nein, bist du nicht. Das war schon... Ja, ja. Hui. Wo bist du? Hä? Nein, du hast schon wieder das Spiel verlassen. Ich hab das nicht verlassen. Äh. Geh mal ganz raus. Äh, zurück. Zurück. Verlassen. Geh mal ganz raus. Start von Rui. Ich sehe hier auch direkt jetzt keinen Speicherpunkt. Dann versuchen wir das mal mit einem Neustart. Ist das ein Spielbeitritt? Nee. Nee, das dauert schon. Doch. Ah ja, doch. Jetzt geht's. Der IP ist da. Der IP ist da. Fragt sich nur, wie lange. Ich hab jetzt die dritte hier auch mal angemacht, weil ich dachte, hier hinter kommt ein Speicherpunkt vielleicht, aber kam keiner. Ja, ich wollte ja gerade was machen. Ich habe neue Pfeile. Aha, ist ja wunderbar. Wir könnten sie in irgendein Loch schießen und dabei gleich noch ein paar tausend Kisten hinterherwerfen. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt mit den Pfeilen? Ach so, hier. Mach mal Eis rein. Warum schießt die nicht? Danke. Bitte. Warum auch warten, ist was Fertiges. Ja, warum auch? Was ist das denn hier? So, das musst du einfrieren. Nein, ich muss das nicht einfrieren. Ich will das nicht. Nein, du sollst oben das Feuer einfrieren. Das Feuer? Ne, doch nicht. Ich dachte, dann gehen hier unten die Dinger. Ne, das war irgendein anderer Trick. Dann müssen wir uns dran hangeln. Oh, jetzt komme ich da nicht hoch. So, das will ich jetzt hin. Oh, was ist das denn? Hä, ich war da dran. Was macht der? Ist du da hoch? Oder die? Hallo? Ich komme nicht da hoch. Ich kann nicht springen von der aus. Warte mal. Ist das so irgendeine Bewandtnis? Ne. Nächte das mal da drauf. Genau so. Man soll es einfach nur hier losbringen. Ich komme aber nicht an den anderen da dran, um es zu ziehen. Verstehe doch. Ich schieße mich. Man kann nicht springen hier. Das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Warte mal eben. Dann kann ich mal eben... Äh... Äh... War das jetzt gerade fest? Muss ich nur schnell springen. Nein! Oh nein! Oh Mann! Was ist denn jetzt? Ja, man kommt doch rüber. Man muss schon sofort rüber gehen. Okay, jetzt ist das da offen. Wuhu! Äh... Oben links musst du Feuer hinmachen. Das ist kein Feuer. Aber ist auch cool. Äh... Okay, damit geht die Brücke auf, die wir nicht mehr erreichen werden, weil er sich hier einen Tod stürzt. Aber warte mal. Das Ding holen... Äh... Das Ding können wir nicht holen, wenn ich da hoch springe. Was ist das für ein Scheiß? Ich mach das mal rein. Achso, ich bin ja auch doof. Ja, wenn das Ding sich jetzt noch drehen würde. Achso, ich kann das Teil festbrieren. Jetzt dreht es sich gar nicht mehr. Scheiße, warte mal. Äh... Ich hab's wieder aufgetaut. Kannst du das mal so drehen, dass ich das festbrieren kann? Ja, du hättest natürlich dann auch einen Pfeil dahin halten müssen. Ja, 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 warte. So, jetzt kannst du kaum... Uh, wieso springt der nicht? ...kleiner Moppel. Wenn ich das auch einfrieren kann, kann ich das Wasser nicht einfrieren. Aber hier oben ist was drauf, oder? Ist ja was drauf. Hier oben auf dem Ding. Achso, wegen dem Wasser einfrieren. Aber warum friert der dann oben auch einen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm... So war das jetzt nicht geplant, aber... Klar, hau mir einfach irgendwas dazwischen. Aber warte mal, da unten muss das Wasser hin. Ach, da muss was da hin. Warte mal. Ja, du machst das schon fein. Ja, aber dann... Wolltest du... Nee, warte mal. Ja, ja, aber lass das erst mal... Da muss... Nee, wir können das ja auch sowieso nicht machen, ne? Warte mal. Lenk du das mal rüber? So. Hey, was macht der hier? So kannst du mal das nicht geplant. Nee, so geht das nicht. Du kannst es nicht hochlenken. Ach, ich weiß, was wir machen müssen. Mach mal hier von der Kiste. Kannst du dich mal da hinmachen, dass ich oben auf den... Mach mal eine Rampe hier, wo wir jetzt stehen. Warte mal. Was, warum hängt der sich jetzt dran? Ja, wenn du natürlich da draufstehst, kann ich sagen. Ja, er soll sich auch nicht da draufstellen. Nee, nicht so... Wohin denn? Hier so? Ja, so ungefähr und dann die Platte dagegen legen. Also so schräg oder hier drauf. Ja, aber da müssen wir die nach oben legen, oder nicht? Da, wo du stehst, muss der Klotz hin. Da, wo du stehst. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich mach dich höher. Reicht das nicht schon, wenn du hier so höher gehst? Nein, das reicht wahrscheinlich nicht, weil ich... Nein, das reicht nicht. Ja, warte, warte, warte. Doch, es reicht. So. Und jetzt ein Elementarfall. So, kann ich ja auch machen, ja. Ich gehe schon mal in Deckung. So, und jetzt springst du als erstes. Und wenn du tot bist... Warte mal, ich komme erst mal runter. Ah, hier unten rechts ist noch was, was du kaputt machen musst. Ja, aber du musst da unten erst mal was Ding verbinden. Ist das mit einer Kugel machen, oder was? Was machst du denn? Ich komme da mal eben auseinander. Warte mal. Jetzt kannst du das andere da unten auch rausholen. Ja, komme ich nur so nicht... Ich wollte das eigentlich von hier oben ausmachen. Ich hätte Klempner werden sollen. Amadeus, der Klempner. Klingt gut. Ich mache mit. Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt noch einen Ritterstand gibt. Ihr könnt Karrierepläne schmieden, sobald wir Sunny und Goderic erledigt haben. Alter. Visier doch einfach mal das an. Ja. Äh, ja. So war das nicht gedacht, aber okay. Äh, hallo? Wieso dreht der sich jetzt? Ja. Ja, das ist schön. Aber du hast jetzt den Tropfen, der liegt da hinten drin noch. Eine Eisscholle. Unter der Eisscholle. Ach, den muss ich unten dran machen. Ja, sicher. Sonst geht das Wasser da weg. Dann sagst du, nee, der ist nicht voll, ja. Ich hab mal gedacht, vielleicht merkst du es noch. Aber du hast es nicht gemerkt. Nee. Ich hatte jetzt gedacht, das geht dann automatisch so, oder? Da mal eben abstellen. Du musst das Ding überhaupt machen. Ja. Äh, eigentlich gehört das ja zusammen. Können wir das direkt hier? Ja. Ja. Hallo. Ich bin zwar ein etwas unberholfener, grobschlechtiger Klempner, aber ansonsten... Warum kann ich das nicht betätigen? Ah, jetzt. Uhuhu. Tschüss. Äh, mach mal eine Kugel. Eine Kugel. Ja, was glaubst du, was das ist? Das ist eine Kugel. Aha. Da hast du ihn. Aua. Uhuhu. Hallo. Hallo. Na, du liebe Schildkröte. Vielleicht enden wir genauso. Wir fangen und vergessen in der Dunkelheit. Danke, ich sterb gerade. Ihr zwei solltet versuchen, mal wieder ein bisschen runterzukommen. Hallo, Frau Schildkröte. Sehen wir uns noch mal wieder? Ja, dann grüße ich dich noch mal. Es war schön, mit ihm Zeit verbracht zu haben. Das macht sie noch. Ja, ich weiß nicht. Du hast mich da blockiert. Keine Ahnung. Ich kann noch nicht so... Wie blockiere ich dich hier? Ich blockiere dich hier. Ja, indem du mich schlägst vielleicht? Ich muss mal einen Schlag, du hast das verdient. Wartet, halt. Was soll das? Die ist auch noch mal so ein Ding. Ich kann hier nicht weg. Was ist mit meinen Kindern? Du kannst sie nicht retten, wenn du im Kerker sitzt. Pontius, habe ich recht? Stimmt wohl. Lasst uns... Lasst uns einfach weitergehen. Kommst du da hoch? Also kannst du da... Ach, du bist ja am Hangeln, oder was? Nein, 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 nein. Ah, jetzt sehe ich es. Ja, das ist für dich. Nee, doch nicht. Ja, aber wir müssen hier nach unten. Hier, da hinten. Siehst du das Rohr da unten im Wasser? Das musst du benutzen. Kannst du das da hochholen? Ich kann es im Moment gar nicht anvisieren. Warte mal. Das muss auf die andere Seite... Ach nee, ich habe Stoffen gezogen. Ja, ist ja okay. Äh, warte mal, aber wie kommen wir da runter? Du müsstest ja irgendwie da runterkommen. Hä? Wieso geht das Wasser jetzt wieder hoch? Ja, nee, das läuft doch da rein. Ich weiß nicht, was du da machst gerade. Ich versuche das zuzumachen, aber das geht auch schon. Das geht auch gar nicht hoch. Was erzählst du denn da? Aber das Problem ist, wie kommen wir hier raus? Äh, hier runter, meine ich. Da muss doch irgendwie ein Trick sein noch. Ach, hier Wasser. Da muss ich was schießen. Ein Feuerfall. Ja, ja, das sage ich ja schon die ganze Zeit, aber... Aber wie? Kannst du da unten... Kannst du das mal höher halten? Ich halte das mal höher. Ja, aber das wird nichts gehen. Das wird nicht gehen, weil das... Der Feuerfall ab... Eigentlich müsste der... Warte mal, ziel mal. Ach, nee, wegen dem Wasser geht das ja sowieso nicht, oder? Ja, kannst du das mal höher halten über das Ding? Ja, genau. Ja, aber wo willst du hinzielen? Warte mal. Nee. Unten an mir vorbei auf das Ding? Nee, rechts. Ach, wie auf das... Ja, da kommt... Diese Bank, oder was das ist? Ja, aber das Wasser läuft ja runter. Da kann ich ja nicht... Ach so, ja, ich baue jetzt so. Wieso kann man das hier nicht einfach zumachen? Kommt hier nun wieder was runter? Nee, wie kommt er nicht hoch? Was ist das denn für ein Mist? Eine Frage. Lass mal diesen Top-Pömpel da los. Kannst du einen der Würfel unten spawnen? Nee, ne? Der Pömpel ist irgendwie weg. Hä? Ja, wo ist der Pömpel? Ja, geil. Warte mal. Ach, warte mal. Ich bin doch doof. Das Problem ist, du musst erst mal irgendwas da reinmachen. Ich glaube, das Ding müsstest du da oben ziehen, weil das Wasser nicht mehr runterkommt. Ja, 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 ja. Genau, so, ja. Kannst du das da ablegen? Nee, ne? Nee. Warte mal eben. Was war das? Ach so, nee. Da war ich das Ding gleich kaputt mit. Ja, versuch noch mal da hinten bei dem anderen. Ja, aber das würde gehen, wenn du das jetzt wieder hochheben würdest, das andere. Aber dann musst du das loslassen oben, ne? Okay, das... Lass mal los. So vielleicht? Ja, lass los, genau. So, jetzt nimm das da unten noch mal. Ja, schieß doch einfach mal, ob das umgeleitet wird. Nein, das Teil, was du eben buchst. Warte mal. Würfel bringt dir auch nichts da hinten, oder? Kannst du das da mal anheben, bitte? Ich habe eine Idee. Nee. Ich kann nur die Dinger, die leuchten annehmen, mehr, nee. Nein, das Ding hast du doch da hinten angehoben. Du hast vorhin diese Platte da unten angehoben. Doch, geh mal bitte da drunter mit dem anderen Ding. Geh mal ins Wasser. Tiefer. Ja, du drückst es ja runter. Ach, ich kann das runterdrücken, ne? Nein, du warst da drunter und hast es höher gedrückt. Ja, ja, genau. Aber da kann ich... Warte mal, ich fehle das mal. Oh, das ist ja. Sollst du nicht mich einfrieren? Ist das jetzt? Nee, das hält nicht. Nee, ich weiß, das geht nicht. Ja, jetzt? Ich dachte, ich könnte die Platte... Ah, doch, doch! Aber der Feuerfall wird das wieder auftauen, ne? Scheiße. Nee, nee, du musst... Mach mal bitte oben nochmal das zu, dass das Wasser weg ist. Na, mit der Plattform. Warte mal. Ja, was ist jetzt? Äh, wieso kann ich das jetzt nicht ändern? Äh, wieso kann ich das jetzt nicht ändern? Aber du musst da oben mal gucken, äh, wir brauchen das Teil da oben. Irgendwie. Damit das Wasser zu ist wahrscheinlich, oder? Hm, was soll das sonst gehen? Versuchen wir da auf das Ding draufzuspielen. Ne, frier das... Oh! Ja, 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 warte. Hallo? Ich kann aber deine Würfel nicht einfrieren. Sicher? Nee, geht nicht. Nee. Nee. Warum kann ich jetzt gar nichts mehr einfrieren? Na, jetzt. Nee, jetzt hast du das entfroren. Kannst du da was drauf machen? Nee, ne? Na, wenn ich hier drauf stehe, kann ich das Ding nicht benutzen. Auch, dass ich auf die Kette komme vielleicht. Warte mal, guck mal, guck mal auf die Kette drauf. So, jetzt. Dann komm ich auf die Kette. So, natürlich nicht. Ja, ich muss mal irgendwo hingehen, aber irgendwo muss ich hin. Na, na, setz dich hin, setz dich hin. Ach, da ist ein Ring dran. Ich hab's jetzt erst gesehen. Warte mal, ich mach's wo. Nee, da ist kein Ring dran. Hä? Ich dachte hier, dass wir ein Ring... Oh, was ist keiner. Ach, das hält doch gar nicht hier. Nee. Selbst an dem Ding hält das. Ich wüsste mich. Das ziehst du wahrscheinlich runter, oder? Nein. Ich hab das nicht runtergezogen. Warte mal, ich hab ne andere Idee. So, jetzt probier nochmal. Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr runtergezogen werden. Oh, scheiße. Das war sehr dumm. Ja, ich wollte eigentlich hier den... Das ist eigentlich höher, aber wie geht das? Der ist so lange schon mal hoch. Und ich glaube, ich hab den Stopfen gefunden. Warum hast du den da hingeworfen? Der war links! Hier rechts war ich gar nicht. Also, keine Ahnung. Nein! Achocke! Achocke! Brenn, du alte Ratte! Ah, okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, äh, das geht runter, ja, jetzt hätte ich springen können. Warum machst du sie? Nein, ach, warum knall ich dagegen? Ja, dann willst du einmal kurz was trinken oder kommt der Kerl wieder an hier? Ja, was ist denn hier? Ich bleib doch einfach so stehen, Mann. Ja, kann ich aber nicht, wenn ich was trinken will. Ja, genau, ach komm, mach du das, ey, da hab ich weg, kann ich... Ne, warte mal, ich bin ja auch doof eigentlich. Ja, falsch, verstehe ich auch nicht, warum du das so kompliziert machst. Warte mal. Och Mann, ey. Rechts, wieso, ja, links. Nein, oh, ich hab so was. Also, die Dinger hab ich aber. Ja, aber du musst hier nach oben und nach rechts. Quasi noch eins höher. Ach ja, ich weiß wo. Und jetzt? Äh, jetzt hab ich keine Ahnung. Ich bin oben. Ich hab auch ein Savepoint. Aua. Ich geb dir mal meinen... Kommst du mit der da hoch? Warte mal. Ja, genau, ey. Soll ich wechseln auf irgendwas? Ich bin gerade auf dem... Ja, genau, baller mich da runter. Kein Thema. Jetzt muss ich das hier auch noch richtig machen, weißt du? Dich haben wir hier durchgecheatet. Nein, ich bin runtergefallen. Was ist das hier alles? Wo kommen die Bomben her? Sag mal... Guten Tag. Aua. Gib doch den Zauberer, der ist ein bisschen besser. Achso, warte mal. Oh, nee. Sie ist frei, ne? Sie springt besser. Nein. Ja, Mann. Ich bin oben. Also du kannst einfach da hochgehen an der Wand. Also die Wand... Wenn du an die Wand kommst. Alter. Sag mal. Ich steh mal weg hier. So. Also speichern du da schon mal gerade. Hi. Hi. Könntest du theoretisch versuchen... Ach. Nein. Ich wollte es gerade noch hochkantstellen. Ist das eingefroren? Ja, meins nicht. Nee, nee. Aber so kommst du wenigstens schon mal rüber. Ach, wir sind auch doof. Warte mal, warte mal. Geh mal ein Stück zur Seite. Zur Seite. Sonst geht das hier wieder kaputt. Kommst du da noch ran? Zum Schießen? Zum Schießen. Wo denn? Wo soll ich denn rankommen? Nein, für dich zum Schießen. Mit dem X. Nee, das geht nicht. Also ich kann kein Seil von der Entfernung machen. Oder du hättest es vorher... Obwohl, das ist zu lang wahrscheinlich, ne? Ah, warte mal. Dann machen wir es anders. Versuchen wir es anders. Geh mal weg da. So viel dann zu, geh mal weg da. Nein, nein, nein. Ich gehe schon mal weiter. Aua, nee, du musst... Wir müssen nur mal runter machen. Nee. Achso, nee, da kannst du ja gar nicht... Warte mal. Achso, das hast du da dran gehangen. Ich dachte gerade schon. Warte mal. Warum hilft ihr uns? Warte mal, warte mal. Was ist, wenn ich jetzt das ausziehe? Ich schieße da hinten. Zweitens, ich glaube nicht, dass ihr drei was mit den Explosionen... Uh, noch nicht. Äh, okay. Was kannst du denn da hinten noch machen? Nee. Kannst du dich da nicht dranhängen? Ich habe es jetzt ausgeschossen, aber es bringt es nicht. Das bringt es nicht. Ach, warte mal, kannst du das nicht... Lass mich raten. Nein. Können wir das nicht einfrieren? Das war ihre Entscheidung, die Ritter mit diesen gruseligen Maschinen zu ersetzen? Dass wir das irgendwie mit Wasser machen und einfrieren, dieses Ding? Ja. Nur jetzt komme ich gar nicht mehr da rüber. Vor allem Sonny meinte, ihre Uhrbergscherben sind zehnmal tüchtiger als Menschen. Die Frage ist nur... Muss ich das anmachen oder nicht? Wir gehen nicht weiter. Hallo, Feuerfall. Keine monströse Intrige. Man muss Eisfälle nehmen, aber ist egal. Ja, was soll ich diesen Schlotz hier einfrieren oder was? Nein, ich hatte jetzt überlegt, ob wir das nicht... Aber da müsstest du oben dranhängen, dann kannst du Schi... Ja, dann geh du mal, warte mal, dann... Nee, dann kann ich das aber nicht umlenken. Mach mal, geh du mal. Ja, aber dann kann ich das nicht umlenken, weil das wird ja so umgelenkt. Warte mal. Oder... Ach nee, wenn das jetzt unterlässt, bringt das auch nichts, ne? Nee. Nee, ich kann das nicht einfrieren, dass da auf dem Ding... Nee, das nicht, das ist klar. Sonst mach doch mal die Platte noch da drauf, wo du jetzt stehst und darüber, dass das darüber läuft schon mal. Meinst du die Platte? Ja. Ja, tiefer. Nicht in die Richtung, sondern andere Seite. Ja. Aber das kannst du auch nicht ein, weil es fließendes Wasser ist wahrscheinlich, ne? Nee, das Problem ist, du musst das einfrieren, wenn das oben ist. Lass mal los. Nee. Nee. Das geht nicht, ne? Nee, so lässt es auch nicht los, ne? Also ich kann das nicht in der Luft einfrieren, dass... Warte mal. Das sah gerade doch gut aus. Kommst du da oben ran? Aber da kannst du es nicht amüsieren, ne? Nee. Ja, da ist das Ding ja nicht. Nee, das geht alles gut oder so. Das Problem ist halt, das Teil zerschießt mein... mein Dings hier. Dann hätte ich jetzt gesagt, ich mach einfach das Teil da drunter. Probier jetzt mal so, ob du das generell einfrieren kannst überhaupt. Ja, anscheinend geht das generell nicht. Nee, das geht nicht. Aber wofür ist dann das Wasser hier gedacht? Das verstehe ich dann nicht. Warte mal. Was ist hier mit der... Och. Sind wir so doof? Hast du die eben ausgeschossen? Ja, die ist wieder raus. Ich hab die aber eben schon angehabt. Aber die... Ja, und wenn du die anmachst, was passiert dann? Gar nichts. Das weiß ich nicht, was da... was da für einen Effekt hat. Ich kann das Ding nicht bewegen. Warte mal, ich ziehe doch... Nee. Ja, das knallt aber wieder kaputt, das Ganze. Ja, aber knallt das auch kaputt, geh mal weg da. Wenn da zwei dran sind... Also nicht. Naja. Theoretisch ja, aber... Ja, vor allen Dingen kommst du ja auch nicht da durch, wenn die im Weg sind. Kannst du ja auch nicht durchgehen. Naja, die kannst du schieben, theoretisch. Was ist denn... Warte mal eben. Setz dich mal genau da drunter und mach mal den... 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 Mit dem Schild hier. Den dicken. Aber ich schätze, der macht dich da wahrscheinlich auch kaputt, oder? Oh. Ich hab die Flamme. Ja, das ist ja jetzt egal. Setz dich mal da drunter. Ach so, da hinten drunter, so. Ich denke mal, der macht dich auch platt, oder? Ja. Wenn man dann richtig draufsteht, ja. Aber ich glaube, ich kann da gar nicht richtig stehen. Mach mal. Aua, ne, der schiebt mich dann nach da, und wenn ich so weit innen gehe, macht dann schiebt er mich einfach rein. Der schiebt mich dann... Wenn ich jetzt hier stehe, schiebt er mich einfach da rein. Kannst du hier auch nichts festmachen, dass da Gewicht drauf ist, oder so, oder? Geh mal weiter, guck mal, ob du da irgendwo einen Speicherpunkt findest. Mach mal auf. Weil ich, ich meine, hier wäre... Oh, okay. Ja, super. Aber ich komm auch nicht da oben hin. Warte, bleib mal da stehen. Hier ist ein Speicherpunkt. Warte. Oh, Trick 17. Ja, genau. Ich schieß mich weg. Komm mal mit da dran. Juhu. Komm die Katze. Ach, der ist eingefroren. Den musst du entfrieren. Und dann? Was bringt uns das? Geh mal aus dem Weg ein bisschen. Ja, ich geh weg. Hau den mal da oben hin. Jetzt kannst du nur mal einfrieren. Hätten wir eigentlich auch vorher machen können, aber egal. Ach nee, du hättest das einfrägen können und dann hättest du so ein Ding da dran gemacht. Geh mal ein Stück zur Seite. Vielleicht so ein... Warte mal, ich geh mal weg. So. Ach nee, das kann man mir nicht mehr gehen. Ich hab ne andere Idee. Ich entfriere den noch mal. Das war keine gute Idee. Hallo? Ich entfriere den noch mal da oben. Nein! Halt den nur mal fest. Halt den nur mal fest. Und jetzt mach den mal auf die andere Seite. So ein bisschen... Stopp! Stopp! Warte, ich friere ihn ein. So, und jetzt mach da mal so ein Ding dran an die Seite so. Von hier aus gesehen. Ja, so hält das? Nee. Kannst du höchstens drauf machen vielleicht. Aber wieso halten die nicht? Normal stecken die doch da drin immer. Ich meine, ich kann da hin, aber... Oh, nein! Oh! Okay, ich konnte da hin. Warte mal. Geh mal da drüber. Ja, geh mal da. Dann bist du schon mal drüben. Super. Ach, da oben ist auch noch was. Scheiße. Oh. Oh. Ich hab ja gesagt, da oben ist noch was. Das hat überhaupt jetzt gar keinen Nutzen gehabt. Aber es war schön. Es hat umgemacht. Ich friere mal ein. Nein. Nein. Dann müssen wir alles einfrieren. Oh, nein. Ich will ja nicht vor. Du hast den Kasten ja noch nicht drauf gemacht. Ja. Man sollte vielleicht warten, bis der andere fertig ist. Das stimmt schon. Da oben ist irgendwas Besonderes. Guck mal. Ja, oben links. Ah, nee. Da musst du eine Kugel dran machen. Huuu. Na, 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 na. Na, na, na. Aber oben ist auch offen. Ja, aber ich wollte... Mann, warum geht das? Nee, ich will ja... Ich will ja... Ah, das wollte ich holen. So. Äh, äh, oh, nein. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Sag ich nicht. Du kannst nicht schweigen. Aber du musst jetzt... Was machst du da unten drin? Weiß ich noch nicht. Ich fand das so lustig. Jetzt geh da raus. Und mach mal hier eine Kugel dran. Und das war das. Okay, warte. Achso. Äh, ja, aber dann sind die... Was war das? Das war ein Versuch. Oh, nee. Aber dafür kann ich hier eine Kugel geben. Hier, wenn du weggehst. Warte, warte. Ja, jetzt... Dann kann ich hier drauf rollen. Na, 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 na. Äh? Das bringt ja noch nicht. Ich roll mal andersrum. Ah, so rum. Ja, und dann? Ja, dann kannst du da hoch. Aber wir wissen ja mal, wie es geht. Nö. Achso. Warum weißt du das nicht? Warte mal, ich mach mal den anderen. Kannst du jetzt meinen nehmen? Nimm mal meinen und... Geh mal eben da runter. Ja. Warte. Ach, Zuländer. Ich hab noch nicht gewechselt. Wieso sagt mir das denn keiner? Ja, du stirbst gleich... Nee, du stirbst nicht. So, jetzt mach die Kugel. Oh, verdammt. Na, 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 na. Also, du musst da oben dran schauen. Ja, ran, okay. Du musst hier drauf springen, dann kannst du da dran. Hab ich auch gedacht. Warte mal, was ist mit links? Ist da nichts mehr? Hab ich schon gemacht. Kannst du mal gucken, hier, bitte, bitte. Nee. Sollte ich wieder runter? Nein. Ja, ich komm hier nicht weiter. Das ist blockiert da oben. Ja, geil. Komm nur mal. Was ist denn das für ein Scheiß? Hä, wieso kommst du? Du musst vielleicht oben drauf. Du musst oben drauf. Ja, aber was ist denn das für ein Scheiß? Wieso ist das blockiert? Na, na. Ach, du kannst jetzt da oben. Mach die Kugel mal. Warte, 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 warte. Ja. Ich lasse dich jetzt verrecken. La, 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 la. Ich laufe jetzt ganz schnell vom Epi weg. Dann haue ich dich mit dem Schwert. Dann muss ich wieder umschwischen, schwischen, schwischen. Ich mache einen Doppelschuss, warte. Kannst du das nicht? Oh. Ja, super. Hallöchen. Schieb dir den Feuerfeil in den Arsch. Guten Tag. Schön, euch kennenzulernen. Ihr könnt nicht zurück. Dort wimmelt es nur so von Urwerkrittern. Ihr könnt hier durchgehen. Ein alter Schmugglertunnel. Danke. Viel Glück. Gefangen und vergessen. Die drei Helden waren jetzt auf sich allein gestellt. Und sahen sich gezwungen, durch verlassene unterirdische Tunnel zu fliehen. Und wichtiger noch, einen Plan zu schmieden, was nun zu tun war. Aber es schien kaum noch Hoffnung zu bestehen. Das Königreich war überrannt von Fräulein Sonny, Goderick und ihren scheppernden Scherken. Ja, und das ist der perfekte Moment, nach fast einer Stunde endlich mal einen Cut zu machen. Wobei, ich glaube, da ist auch noch die Zeit mitgerechnet, wo ich auf den Epi warten musste, weil er keine Lust mehr hat und ständig sein Internet ausgeschaltet hat oder sowas. Ja, klar. Das war dein Internet wieder. Ja, ja. Ich bin hier durchgehend drin gewesen. Ja, ja, ja. Das konnten alle sehen. Ich habe alles aufgenommen. So, aber wir machen jetzt trotzdem einen schnellen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.